so da bin ich wieder ragnarok echse gecrasht und obs gecrasht der erste stream läuft ja mal wieder richtig gut pleiten pech und pann heute so aber bevor ich jetzt weitermachen werde ich erstmal kurz mal ein bisschen das inventar entschlacken und auffüllen naja wenn ich wieder eingespielt habe sollte ich auch dann mit dem gelo team besser wieder zurecht kommen aber so ein halbes jahr pause geht halt nicht an ihm geht da die so wirklich an einem vorbei heute die noch kann ich ja verkaufen ja ihr seht schon ich habe mir noch paket tokens geholt ok die dinge kann man nicht mal ins lager legen das kann so lange raus das kann so lange raus equipment nehme ich mit das kann raus das kann raus so auf ein neues auf dass die exe diesmal nicht crasht ach ja noch ein paar jede converter brauche ich jetzt zwar nicht für die indie wo ich hin will aber später brauche ich die ein paar neue flywings ja ich hatte eben die flywings rausgeschmissen weil das mir ein bisschen zu viel weit war boxen kann ich öffnen passt so irgendwie typisch jedes mal wenn ich das erste mal nach langer zeit wieder streame nur pech und pann aber naja ihr seid es ja gewohnt kann halt nicht alles funktionieren oder würde ich sagen gehen wir doch mal nach schalzen kreis im gegensatz zum genetik muss er leider überall hinlaufen die hat kein infinity account das ist ein normaler account ach bloß buch Ja, das ist egal, welcher Warp. So, ihr müsst dann quasi nach Jupporos. Jupporos, Jupporos. man braucht dann auch eine vorquest na gut ich hätte noch die quest annehmen können für dieses oster event aber ist egal so dann quatscht ihr einfach hier mit der geile alicia wenn ihr die quest gemacht habt und kommt dann runter das ist jetzt so eine neue stadt die hinzugefügt worden ist das schöne ist hier gibt es auch eine möglichkeit zu heilen also die gehen von halb nicht aus dass man halbe energie hat sondern die gehen von halb auf wirklich nur die hälfte zu heilen ok naja was soll's kostet jetzt auch nicht die welt und die npcs für die indi sind ganz unten links in der ecke na kurda müsste aber schon oben sein ah ich glaube da muss man random mäßig ansprechen bis man da endlich mal freigelassen freigeschaltet wird ah ok jetzt geht's die indi ist aber relativ easy ich bin am überlegen ob ich nicht vielleicht sogar die wildcat einfach anlege ich habe auf jeden fall machen wert ist den rwc ist zwar ein bisschen weniger schaden aber die potwirkung ist halt besser gut beim mvp eben die den rwc anlegen hätte auch nicht viel gebracht bei so einem one hit kriegst du einfach nicht ausgepottet ich denke mal aber auch dass ich die indi nicht mehr mit dem guillotine machen werde oder das einfach auch wenn ich die indi schon sehr oft geschafft habe mit dem guillotine es ist einfach viel zu teuer ja cool ich habe nur drei berries dabei aber das reicht so viel brauche ich nicht so 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 ja die musik könnte einigen bekannt vorkommen das ist die aus der jitterbug annie 25 26 k ich gehe mal auf das physical set gut hier weiß kein test objekt dafür der mob steht ja normalerweise auch in ecke also die dinge müsst ihr nach und nach zerstören damit ihr weiterkommt ja doch 5k unterschied knapp ist schon ordentlich ach mach ich denn hier bist du natürlich durch die immer ganz gut mit killen weil die droppen auch hin und wieder mal teile die man braucht weiß zwar jetzt nicht ob man die iron plates da braucht aber ich nehme die einfach mal mit droppen nämlich teilweise auch so maschinenteile die man braucht um die sachen abzugraden die man hier kriegt aber die monster hier sind überhaupt kein problem die indies ab 130 also so ungefähr wie old glassheim und aber ich muss sagen deutlich leichter als pro gr ja ich werde auch noch auf youtube dazu wenn man die komplette map mobbt dann tut es dann doch ein bisschen weh geht aber halt schneller ja 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 das ja ja und ja und diese steps und dafür kriegt ihr dann noch mal einen teil zum zum herstellen von den mechanic equipments müsst ihr 50 stück von killen so auf der karte sind jetzt ein paar kreuz aufgetaucht da sind jetzt so ich sag mal eine art madu gear als gegner die müsst ihr killen drei stück davon die raum verlassen wird verschwinden natürlich die dreiecke aber die dreiecke und die kreuz aber da gibt es einen kleinen trick da geht ihr einfach zu der dame da und quatscht die an und die zeigt euch dann also ein detail und dann seht ihr auf der karte wieder die ganzen kreuze dann müsst ihr nicht überlegen wo die normale waren die steps ist natürlich noch möglich für alle zu killen dass wir quasi wenn wir den nächsten teil der quest annehmen schon die 50 abgeben können relativ wenig mob hier genau die hier hier müsst ihr dann killen sind natürlich dann einfach one shot ich glaube hier konnte man auch noch hoch und dann hat man den nächsten madu schon oder ne der war noch eine ecke weiter ja genau hier muss man hoch da oben ist er schon ja 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 So, einen müssen wir noch killen. Ah, ich glaube das letzte Windows Update ist den PC nicht ganz so bekommen, seitdem hat er irgendwie ein paar Probleme. Ah, ich bin auch blöd, ich habe doch eben kurz Rippaus Lächer von der Leiste genommen. Wo ich die ganze Zeit, wieso wirft er am Messer nicht? Egal. Sind jetzt auch nicht so stark die Gegner. So, einen so einen Ding muss ich hier noch killen, so ein Mardo. Der war sogar ohne EDP wanted. So, das Iron Plates nehme ich mit. So, nachdem ihr das erledigt habt, müsst ihr hier wieder zurück. Na, hier geblieben. Gucken, wie viele brauchen wir noch. Die Wurst ist da. Ach, 18 Stück fehlen noch. Aber wir haben ja eh noch hier was zu erledigen, also alles okay. Mal klappt das, dass man mehr Mop hat, dass man die direkt in einer Tour erledigt hat. Manchmal dauert das länger. Ihr müsst sowieso öfters hier hin. So, jetzt müssen wir drei Hebel umlegen. Machen wir es auch wie eben. Wir gehen wieder zu der Charloche und die zeigt uns dann wieder an, wo wir hin müssen. Zack. Autsch. Ah ne, hier muss ich hoch Ist eigentlich eine relativ kurze Indie, wenn man einmal weiß, was man zu erledigen hat Beim ersten Mal bin ich hier ganz schön rumgeirrt Weil ich überhaupt keine Ahnung hatte, wo ich zuerst hin musste Ist aber im großen Ganzen ziemlich einfach So, noch zwei Rechtsrum würde ich sagen Oh ne, hier kommen wir gar nicht lang Sollte gerade ein bisschen abkürzen, aber es klappt ja gar nicht Den unten Mitte machen wir zum Schluss Noch eine So, hier kommt er dann nur von der Seite dann ran Entschuldigung Ne Von der anderen Seite muss ich da noch Darf genau von hier aus Komm mal da ran Na, komm ran Beziehungsweise ich schaue auch gerade, dass ich noch die letzten Kills zusammenkriege Ich habe es heute aber auch mit dem EDP-Timer bei mir So, haben wir mittlerweile alle Ne, hier noch fünf Noch vier Ah, okay Ich glaube von hier aus kommen wir gar nicht ran Wir müssen noch mal runter Und von der anderen Seite aus Da verwechsle ich das immer von den Seiten her Äh, nee Dann muss ich dann hier hoch Genau Und dann drumherum Ah, perfekt Wir sind genügend von denen Äh, Explosive Phase Solltet ihr auf jeden Fall looten Da braucht ihr nämlich später eins Damit ihr überhaupt weiterkommt Aber droppt eigentlich mehr als genügend So, die letzte Maschine Jetzt müssen wir wieder zurück Ist ein bisschen verwirrend hier Weil auch Von der Farbgebung her ist halt nicht so gut zu erkennen Wo man runter kann und so Das war am Anfang gar nicht so einfach Na, bevor ihr die anquatscht Holt euch lieber erstmal das Teil Und dann Stellt ihr euch hier hin Und Ja, wenn ihr mit Guillotine da seid Einfach kreiseln Oder kommt nämlich gleich Jede Menge Mob Das war sie ab Ihr stellt ihr euch dann hin Damit er kein Loot hier klaut Ja, erstmal kommen so kleinere Wellen Und dann werden die mit der Zeit größer Bisschenweise immer schnellere Wellen Ist aber im Großen und Ganzen nichts schweres So, das war es auch schon Jetzt reiß es noch einmal zur Mitte Kommt ihr hier rüber Kommt ihr hier rüber Ja, muss ich doch mal eine Barry drücken Ist natürlich mal wieder nicht getriggert Das Ding Warum sollte es auch So, man braucht insgesamt nur einen Von diesen 100 Explosive Pauses 99 hat sie dabei Und eins brauchen die noch Na ja, haben wir doch Zack So, da steht auch schon der MVP Aber ich gebe euch dann den guten Rat Haut zuerst den kleinen Scheiß hier weg Weil der MVP hat eine sehr niedrige Droprate Warte auf die Sachen, die ihr heraushaut Und wenn euch dann So ein Poring euer Teures und seltenes Loot Versaut, dann werdet ihr euch nämlich nur ärgern So Jetzt kommt der in Anführungszeichen Mega schwere MVP Mit anderen Worten Ein totaler Lappen So Ich schau aber trotzdem mal alles rein Dass ich ein bisschen mehr Potwirkung hab Ach ja, stimmt, da war ja was Man kann ihn nämlich auch Spellbreken Laber ja nicht so viel So lange dauert das nicht So Das ist das einzige blöde bei solchen Innies, die labern halt alle sehr sehr viel. Na ja, ist es mal durchgegangen, aber selbst wenn es mal durchgeht, der Damage, das ist nicht viel. Ah, 37k. Oh doch, in dem Falle schon deutlich mehr. Ich muss halt immer noch ein bisschen rumprobieren, also nicht wundern, wenn ich dann auch mal gut stehen bleibe und Gear switche. Ich bin noch am überlegen, ob ich mein Asser noch ein bisschen umbaue, dass ich noch mal ein bisschen mehr Schaden raushol. Ja, das war nix. Oh, hab die falschen Schuhe sogar drin. Habe ich mich sogar einmal verklickt. Ah, ihr seht ja selber, der Schaden von dem ist so lachhaft. Aber das ist halt noch ein schöner Boost, wenn man so ein bisschen Damage draufhaut. Hat auch irgendwas mit 20 Millionen HP, also ist relativ robust. Schadenstechnisch seht ihr ja selber, das ist nix. Da kann ich ihn auch ehrlich gesagt nicht ernst nehmen. Ja. 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 Okay. Ja. Ja. Da ging ja auch. Ja. Ja. Da war die Maus futsch So Lassen wir die noch mal zu Ende labern und holen wir unsere Belohnung ab Gewicht wird nicht angezeigt, aber das müsste eigentlich die Waffe sein die ich wollte Für meinen Rune Knight Das ist immer ein bisschen viel gelaber bei der Annie Das ist immer ein bisschen viel gelaber bei der Annie Gut Jetzt stopp andere Richtung Na komm die Maus kann man mitkillen Da schmeiß ich nicht mal mehr eine EDP ein Wir müssen quasi einmal nochmal hier hoch in die Mitte Und dann zu dieser Schalosch wo wir uns so mal alles anzeigen lassen Bis zum nächsten Mal 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 Also ihr müsst euch auf WV öfters mal anquatschen. Ja, einmal zu wenig war das. Ja, dann bekommt ihr hier so scheiß Komponents und die könnt ihr dann eintauschen gegen Equipment. Ich glaube, ich werde das trotzdem jetzt einfach mal kurz machen. Das Schöne hier ist, hier in der Stadt habt ihr auch sämtliche NPCs, also Kafra etc. Bzw. hier Sonderkorb statt Kafra. Okay, Magnify habe ich gerade keine mehr im Lager, aber hier vorne gibt es auch einen NPC, der dafür kauft. Was wollte ich holen genau? Die Schaltenkomponents. Da, Tool Merchant. Perfekto, dann ist das Gigant Blade. Unzerstörbar, Decrease Attack Speed, aber wenn Full Stärke ist 110 oder Below, kriege ich die Damage 1% every upgrade. Also wenn man keine 110 Stärke hat, hat die Waffe 300 ATK und ist eine Level 4 Waffe. Ist gerade hier für so einen Dragon Breather ganz geil. Wenn man mit dem nicht nur Dragon Breathen will, sondern auch anderes macht, wie Ignition Break etc. Ich meine, da ist ja so ein, ich sag mal, Combo-Bild. So, dann würde ich sagen, holen wir noch kurz die Belohnung ab und dann gehen wir mal nach Morse's Cave und die kleine Isle of Bios. So, Messschaltens, Upgrade Parts, Supplement Parts, Stärke, Pfeilbunker Upgrade, okay. 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 Das war jetzt das Set für Ex-Boomerang, ist aber nicht schlimm. Das könnte tatsächlich trotzdem noch was sein für meinen Mardo wegen der Floating Casting Site mit nur 10%. Das könnte eventuell nur ein Schritt sein, der fehlte fürs Instant. Guti. Das Priester schon, dass ich noch eingeloggt, den braucht man nachher für UGH. Ich glaube, sonst fehlt uns nichts mehr. Nö, dann können wir weitermachen. Hier ist auch quasi so ein Quest-NPC. Ich glaube, hier hat auch die Quest angefangen, wenn ich mich nicht irre. Aber ich habe die Quest jetzt auch nicht im Kopf, ich habe die jetzt gemacht, wo das reinkam. Aber komplett ausfindig habe ich mir nicht gemerkt. Ach, wo lade ich denn hin? Das ist Gewohnheit, wenn ich auf Genetic bin, der nimmt immer das Market House, um zu reisen. Infinity halt. So. Okay, da ist schon gerade Stream wieder flöten gegangen, weil plötzlich der Bild weg war, aber war anscheinend nur der Chrome-Browser, der da dann im Backkart. Aber heute ganz schön stiller Shed. Ich habe keine Ahnung, warum der gerade ein bisschen geleckt hat. Ich muss unbedingt mal gucken, was für ein PC los ist. Ich muss unbedingt mal gucken, was für ein PC los ist. Ich werde... Ich mute mal ganz kurz das Headset. Kleinen Moment. So. Das ist aber echt nicht viel los bei Twitch. Gut, das ist noch relativ früh. Ups. Na. So, jetzt aber. Also nicht wundern, normalerweise trifft man ja Untote nicht mit Poison Element. In dem Fall ist es aber so, die sind alle neutral. Ähm, ich zocke das Game mittlerweile seit 17 Jahren, also seit der Iro Beta. Hatte jetzt allerdings eine halbjährige Zwangspause gehabt, also muss mich auch erstmal wieder ein bisschen einspielen. Äh, mit Level 18 kannst du eigentlich bei den Bigfoots relativ gut leveln. Bis Level 25 und dann zu den Tarafrox. Du kannst aber auch noch, wenn du mit den Bigfoots Probleme hast, noch ein bisschen zu den Poison Spores. Beziehungsweise zu den Spores. Ähm, welche Klasse bist du denn? Als Thief würde ich sagen im Morroc. Und zwar unten rechts ist so ein kleiner Weapon-Dealer für Thief-Klasse. Ist jetzt halt nicht unbedingt das beste Equipment, sage ich mal. Aber es ist für den Anfang okay. Es ist auf jeden Fall besser als, äh, das Novus-Zeug. Allerdings, was ich dir sehr empfehlen kann, geh am besten zu Eden Group und mach dort die Questreihe. Ähm, mit der Eden Group Questreihe bekommst du nämlich auch Equipment. Und mehr Erfahrungspunkte beim Leveln. Also sehr zu empfehlen. Äh, wenn du zum Beispiel nach Payon gehst, ist ja direkt neben der Kaffra so eine, äh, äh, kleine Novice. Und die musst du dann ansprechen. Läufst dann eigentlich quasi nur geradeaus durch, wenn du da rein bist und da meldest du dich dann an. Und da kannst du auch die kleinen Quests da machen. Ah, okay, gut, da machst du die Quest schon. Also wenn du die Eden Group, äh, Weapon-Quests dann mit der Zeit hast, dann hast du sogar ein bisschen besser aus Equipment als vom NPC. Und danach wirst du wahrscheinlich in erster Linie Equipment entweder von Spieler kriegen oder wenn du nach der Zeit dann ein bisschen höher bist, selber die Sachen Farms. Also wenn du die Hunt Hornet Quest hast, würde ich auch erstmal mal zu den Hunt Hornets gehen. Dann machst du auf jeden Fall mehr Erfahrungspunkte dadurch, dass du halt die doppelten Erfahrungspunkte kriegst von der Eden Group. Toh! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Das die Bosse immer so viel labern müssen Und schicken die ganze Zeit da nur so ein Kleinkram Das mit dem sich hier bewegen, das klappt nur Wenn man zum Beispiel ein Guillotine oder Rune Knight ist Da kann man nämlich mit einem Skill zu dieser Seele hier springen Das klappt halt auch nur mit D-Klasse Hier empfehle ich dann das Equipo zu switchen auf Anti-Arrow Weil die machen nämlich ganz gerne auch mal größere Mobs an Archon Und dann kann man nämlich mit D-Klasse ist an sich ein relativ einfacher Indie wenn man einmal weiß wie muss ja wirklich nur darauf immer achten dass die Archer dann gekillt werden weil bevor die nächsten gespawnt sind das hat man am Ende so viele Archer hier dass man das ja nicht überleben kann aber am Großen und Ganzen ist das relativ harmlos vor allen Dingen wenn man da einen Knipp hat der immer Pneuma zwischendurch legt so lange aber sicher sollte der eigentlich mal ernst machen wollen bis jetzt ist das nämlich nix das werden wir auch langsam mehr von denen guti ah Mist ich habe die Anfause vergessen egal geht auch so bei dem sollte man tatsächlich eher auf Cryptgear gehen moment mvp ich mich gleich ernst na gut da bringt das andere Z nämlich auch nix also da sollte man dann wirklich komplett auf Crypt gehen ja das ist jetzt ein bisschen blöd dass ich die Anfause vergessen habe aber im Großen und Ganzen ist das nicht schlimm wirklich viel Schaden macht er nicht na das ist aber auch schon fast tot das ist aber jetzt auch noch nicht der letzte mvp der kommt jetzt gleich noch ja komm die paar hits die noch fehlen eine berry vielen dank hab mich sogar verzwitscht sehe ich grad so dann haben wir das wenigstens einer reihe machen wir mal einen kleinen Damage vergleich also schaden ist natürlich deutlich besser mit der ähm mit der anderen Equipung also da kann man wirklich auf ATK gear gehen weil der hat so wenig dev schaden mit seinem Feuer dann kann ich auch auf Deadly gehen dann ziehe ich mir halt einfach eine Fireproof rein und gut dann kann ich auch auf Deadly gehen die sind so schnell gekillt mit Cross Ripper Slasher dann killt man die lieber dann hat man auf jeden Fall Ruhe dann kann man ja auch so ein Anti-Arrow Clip anlegen dann machen die Archer nicht mehr viel aber die sind so schnell gekillt mit Cross Ripper Slasher dann killt man die lieber dann hat man auf jeden Fall Ruhe eine gute Frage es kann sein dass ich so weit noch rumliegen habe aber es ist grad ein bisschen schwer während der Innie raus zu gehen die ist aber auch fast herftig und danach habe ich halt noch eine Innie aber ich kann gleich mal mal kurz gucken der MVP zu killen ist halt eine langwierige Sache der hat hat insgesamt 80 Millionen HP und da zieht sich ein bisschen der den ich danach machen will der ist auch nicht unbedingt besser der hat glaube ich 60 Millionen HP oder sowas im Dreh das ist halt ein bisschen langwierige Sache das ist halt ein bisschen langwierige Sache aber der kriegt gut Damage ein wenig ich packe wie man ist ok also es ist sogar deutlich weniger schaden mit dem set da merkt man halt dass er wirklich absolut nix an die fans hat aber bei dem mvw dreht man sich echt einen wolf aber man sieht ja ich habe ja noch nicht mal das komplette reduce gear angelegt also kauder liegt bei mir im inventar der mvp ist einfach so schwach das lohnt sich gar nicht da haben die große dusky rein zu zwitschern der mvp ist hier eigentlich die größte gefahr deswegen so lange mal die archer immer klein hält alles kein problem und natürlich die mumien müssen schnell gekillt werden weil die springen sich das tut dann richtig weh das überlebt man dann auch nicht wirklich wollen wir die volle live haben kommt dann nämlich guten gerne mal so ein kleiner one hit bei oben so so ich bin bei der annie auch meist etwas drüber weil ich da ein bisschen konzentriert bin dass ich immer darauf achte dass ich nämliche archer erwische weil hier kann ein fehler schon einen kompletten fail bedeuten spot aber heute ziemlich wenig archer merke ich hier was ich kaum bei dem machen weil man macht bei herdrehung so viel schaden dass man eher schaden verliert durch den kurzen moment wo man stehen bleibt Das war's. Der einzige Blöde bei der Indie ist, es tut einem auf Dauer echte Finger weh vom Dauerkreiseln. Ups, verklickt. Aber 80 Millionen HP ist auch ein ganz schönes Brett. Das war's. 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 mit Bier-Power-Effekt ist der Schaden natürlich richtig geil na also und da geht er dauernd meine arme Finger, einmal eine Berry und Blue Potion Box naja, ein bisschen geheizig wenn du kurz AP umkommst, guck ich mal eben kurz wegen Waffe ich werde mir sicher nicht so viel rumliegen haben, aber ich kann ja mal gucken ups, sorry ich bin am Kabel hängen geblieben, ich musste sowieso jetzt gerade mal kurz die Cooldown abwarten ähm, im Päon dann der Sura Gugeta ähm, was habe ich denn da noch ähm, wirst du Asser oder wirst du, ähm, wirst du Rogue okay vielleicht habe ich auch sogar noch irgendeinen Katar rumflattern, was ich nicht brauche ja, ein Katar habe ich noch rumliegen, da kannst du haben ich kann es auch haben dann mache ich so lange schon mal weiter mit den Innis ah ne, muss er eben noch warten haha 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 ja, wb haha ich gebe dir auch noch ein Headgear, was ich musste später ein bisschen upgraden, damit der einen Effekt hat ich habe gerade keine edus auf dem account zu dem kommst du nicht hin der ist gerade an einer ganz anderen stelle ich stehe gerade mit dem schar von mir in peon der exe lebo schick der kleines hieft da ich brauche dich mal also ich brauche definitiv mal bist du das okay damit kannst du ein bisschen besser potten der ist schon von anfang ganz gut die ganz später nutzen als außer ich müsste so zu nehmen benutzen können der gibt ihr hier da kann ich gerade nicht helfen leider vier alten kram habe ich auch nicht mehr ich habe dann mittlerweile so viel an den neulingen verteilt so anfang ist halt auch nicht so einfach in dem spiel deswegen helfe ich auch ganz gerne mal einfach neu so wer bestätigt auf und weiter geht es im text gut anders herum das set müsste ja im allgemeinen recht gut sein ich habe die spores die spores gemeint nicht die poison spores die spores sind glaube ich ein bisschen so hoch einfach da rechts raus aus peon die spores meinte ich aber wenn du wie gesagt so eine quest als würde ich eher die monster killen die von der quest gefragt sind weil da kriegst du deutlich mehr erfahrungspunkte weil du kriegst ja einmal die erfahrungspunkte durch das killen und dann einmal die erfahrungspunkte von den von der quest selber so christi doppelt exp das lohnt sich dann doch schon ein bisschen mehr ich glaube die poison sports waren glaube ich ab ab 25 30 um den dreh ich weiß es gerade nicht aus wenn ich ich glaube bei dem hier ziehe ich dann doch so lange aber sicher lieber speed of light schuhe wieder an weil das wird hier gleich ziemlich mobbi das sehen aus wie die ganz normalen gegner aber die sind hier deutlich stärker wie man auch schon anhand des damage sieht ich sehe auch gerade die haben eine menge death die kriegen nämlich jetzt deutlich mehr schaden ich müsste mir eigentlich auch für hier mal so eine anti-stop small waffe bauen und anti medium aber geht auch bis jetzt immer so gut ohne dass ich bis jetzt noch nicht wirklich in angriff genommen habe ja auch kein problem ich rede ja im allgemeinen mit dem chat weil es relativ ruhig also momentan ist auch glaube ich der einzige der bisher war geschrieben hat und einer aus der gilde hatte noch kurz geschrieben gehabt im chat und sonst ist halt heute irgendwie relativ ruhiger chat ach ne da müssen wir nachher hin da bin ich schon ein bisschen zu früh ja warum nicht fit halten ist nie verkehrt äh quest abbrechen ist relativ kompliziert hier in dem spiel äh quest abbrechen ist relativ kompliziert hier in dem spiel ähm achso wenn du die quest poison sports annehmen kannst dann kannst du auch zu den poison sports hin äh und zwar von geffen aus rechts und dann ähm ist relativ weit oben auf der linken seite noch ein warb der nicht auf der karte eingezeichnet obwohl ich glaube der ist mittlerweile eingezeichnet worden da musste dann rein wie gesagt ich hab das level von den monstern nicht komplett alle im kopf auch wenn ich jetzt schon so lange spiele aber wenn du schon die quest annehmen kannst dann passt das eigentlich äh ja du musst über prontäre nach geffen äh nach geffen also du kommst von protere aus bitte kafra hin in peon die haben nur äh bron und alberta und sowas an warps also du kommst ja nicht von überall aus äh zu jeder stadt ja ich habe gesehen müssen dann erst nach protere dann kannst du nach geffen eh Die Indie ist relativ schädig, wenn man ein bisschen aufpasst Autsch Aber ich denke mal, wenn ich gleich beim MVP dann bin, werde ich auch für die Riesenbox, die spawnen, auch in den RwC mal anlegen Beim letzten Mal bin ich leider ein, zwei Mal verreckt, weil ich nicht aufgepasst habe, aber bin auch ein bisschen aus der Übung Auch was die Pottgeschwindigkeit angeht Ach, guck mal, diese ätzende Fledermossi überlebt Ups Hier mal ruhig mal drunter laufen, weil da sind nämlich auch öfters ein paar von den kleinen Viechern drunter versteckt Ich habe da schon öfters gehabt, dass ich dann Stunden angesucht habe und dann war unter dem Baum so eine dumme Fledermaus Autsch Kleinen Scheiß, wir machen gar nicht mal so schlecht schauen Das haben wir hier vor schon fast gecleared Da fehlt nicht mehr viel Ich weiß jetzt nicht, ob da noch was ist Gucken wir einfach mal, ob wir glücklicherweise alle erwischt haben oder ob wir da nochmal suchen müssen Ich glaube, ich habe zumindest da nichts gehört Aber es kann sein, dass da noch einer oder so am rumgeiern ist Einmal Zweimal Dreimal Viermal Aber wenn die ineinander stehen, sieht man das gerade schlecht Boah, könnte eventuell reichen Okay Waren wir zwei gegeneinander Fast Jetzt kommen die in einer Version älter Man kann sich natürlich das Gelabe anhören, aber man kann auch einfach weiter rennen Gegner spawnen so oder so, sobald man einen bestimmten Punkt betreten hat Ich bin jetzt nicht mehr so, sobald man einen bestimmten Punkt betreten ja das läuft doch bis jetzt ganz gut bisschen geizig was die Barrys angeht aber na gut weil die Gegner hier haben auch eine Chance so Barrys und sowas zu droppen aber naja ihr seht ja selber bis jetzt noch nicht so wirklich nachlauf hallo ja das ist der Office Server der französische äh europäische müsste ich mal aktualisieren in der Anzeige dass dann auch mal drin steht dass das der offizielle Server ist ich hab jetzt heute in einer langen Zeit mal wieder einen Stream gestartet eben noch ein paar technische Schwierigkeiten gehabt ah nice nice Assa ist eine gute Starter Klasse sehr zu empfehlen und wenn die höher ist sieht man ja selber die rupt da einfach sehr gut durch oh da wirst du mit Assa Freude haben der ist einfach nur ne Killermaschine also die rupt überall durch für Solo Inis zu machen zu farmen oder auch für Partys beste Klasse die man eigentlich haben kann und die macht auch einfach nur brutalen Damage und die macht auch einfach nur brutalen Damage ja ich hab so ne Art Hybride daraus gemacht Rolling Cutter plus Crit aber halt ähm für so Mobs ist natürlich Rolling Cutter jetzt deutlich besser also der Must damage den ich da die ganze Zeit mach der macht aber auch sehr sehr guten Crit Schaden bin aber nur am überlegen ob ich den umbaue dass der halt den Rolling Cutter deutlich verstärkt kriegt äh und dann ein bisschen von Crit Schaden runter geht weil der Rolling Cutter haut doch schon übels rein und mir fehlt halt noch ein bisschen der letzte Boost um nochmal was Damage rauszuholen aber dann muss ich noch überlegen ob ich das mach oder ob ich bei dem Build bleibe ist aber auch jetzt etwas wo ich sage das I-Hat nicht so unbedingt weil man sieht es ja sehr gut aus läuft ziemlich gut ouch ich glaub hier hinten hab ich noch ein paar Gegner übersehen sooo sooo Warnig mit Asser hat man auch eine Klasse, die dann auch in Partys mitlaufen kann als Mobber zum Beispiel. Damage-Dealer ist der Asser leider nicht so häufig. Hin und wieder mal mit Rolling Cutter als DD, aber das kommt mir ja selten vor. Meistens ist man mit dem Asser eher Mobber. Ist aber auch nicht mein Main-Shard, das ist nur ein Second-Shard von mir, aber ein Shard, den zum Sparspiele. Mit Level 70 könntest du Evil Duits gehen in Glashheim. Oder du kannst auch, wenn dir jemand einen Warp gibt, nach Moskowia. Das ist auch sehr gute Erfahrungspunkte. Oder was auch noch geht, Porcelios. Die haben auch eine schöne Karte für Assers. Ab 83 würde ich dann zu Dark Priestern gehen, die geben eigentlich mit am meisten XP von allen Monstern. Also man kann wunderbar bis 83 da leveln eigentlich. Also bei beiden Orten. Wenn du hast einen Feuercutter, die sind ja undead, also die brennen wie Zunder. Also Raging Blaze, wenn man eins hat. Ansonsten neutrales Katar und dann Feuerelement drauf, falls man schon einen kleinen Sage hat. Das geht auch. So, noch 10 Monster über. Mal sehen, ob die wieder alle hier in der Ecke sind oder ob ich wieder ein bisschen suchen muss. Ah, das habe ich befürchtet. Eins noch über. So, in der Church, wenn du in Glashheim bist, so ziemlich mittig ist das. Guti, so, ich muss mal ganz kurz was nachgucken. Ich habe noch gerade ein bisschen Equip geliehen zum Testen und wollte mal schauen. Okay, das ist undead, undead. Das bringt das leider gar nichts, das ist jetzt. Schade. Speed of Light ist drin und RwC sollte ich rein switchen, genau. Weil das wird jetzt nämlich ein bisschen böse. Man hört es ja schon so ein bisschen winterrund. Ja, das ist ziemlich viel Mob und die sind auch alle so stark wie diese Special Monster. Wo ich gerade drin bin, das ist, ja, also wo du rein willst, das ist ein Dungeon, aber wo ich gerade drin bin, das ist so eine Instanz. Das ist so eine Instanz, das ist so eine Instanz. Und dann relativ weit oben links, da müsste ein Warp, äh, auch auf der Karte zu sehen sein. Achso, da lebt noch einer. Perfektor. So, dann kommen wir mal zum Lappen-MVP. Ah, ja, dass wir jetzt hier rauskommen. Ein hearts und ähm aus, wurden die bereits noch. Die bären auch, oder? O, komm mal her, mein Freund. Das war's für heute. Das dauert jetzt ein bisschen bis er dauern ist Ich mach mal kurz die Sounds aus, das Gehäsche von den Orks nervt Ist ein bisschen buggy Man kann im Prinzip auch komplett auf Crit-Gear gehen, den Eimer anklicken und dann Damage runterlaufen lassen Aber das dauert deutlich länger, als wenn ich es dann mit Ronin Cutter mache Trotz guten Crit-Schaden Zumal ist das blöde, wenn man kritet, man kann nicht so schnell reagieren, was jetzt Debuffs raufmachen und etc. angeht Wie das hier zum Beispiel, das kann man dann nämlich nicht so gut Na komm, 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 perfekt Ist an sich wirklich ein relativ einfacher Indie, wenn man die schon öfter gemacht hat Wie wird das hier zum Beispiel, wenn man die schon auf braucht? Ja, komm, komm, komm! Die Knapp 60 Millionen HP-Hoppern Das dauert leider immer ziemlich lange. Also nach Morse Escape von Bios Island tut erstmal ein ziemlich der Finger weh vom Dauerklicken. Vor allem wenn man dann so 130-140 Millionen HP runtergekloppt hat. Davor noch die INI waren ja auch nochmal so 25 Millionen. Auf Dauer dann ganz schön schmerzhaft. Na komm. S4 Trigger würde ich nicht nein sagen. Katar will aber irgendwie grad nicht so richtig. Na komm. Na komm. Na komm 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 komm. Autsch. Mist. Da war ich nicht schnell genug weggekommen. Das ist auch der einzige Skill von ihm der wirklich Schaden macht. Der Rest ist eher so naja. Drehung 25k IA. Ich gehe mal kurz auf Crit Gear. Dann sieht man auch mal ein bisschen den Crit Schaden. So 10.000 bis 12.000. Kredit zwar Gas gut runter alles aber wie gesagt das ist halt ja. ist es nicht schlecht sage ich mal aber es bringt halt nicht ganz so viel komisch also ich habe momentan lag technisch weniger probleme das einzige wo ich hin und wieder mal ein paar lag ist aber weniger am spiel sondern eher mehr am pc der momentan ein bisschen spinnt nach der inni muss ich auf jeden fall ein bisschen restocken und ich denke mal dann werde ich auch noch ogh machen und dann ja mal gucken ob ich dann feierabend mache für heute oder ob ich dann noch was oder ob ich dann noch ein bisschen mehr innis mache sag mal guck mal ganz drauf an wie viele leute dann da sind aber es ist halt auch noch relativ früh ich denke mal wenn dann leute reinschauen dann war eher später und ich habe jetzt so lange mit dem kanal nicht mehr gestreamt müssen sowieso die leute erst mal sehen dass ich wieder ein bisschen streame das ist bald dauern ich glaube nur 10 millionen oder 15 millionen hat er noch na kommt 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 also du bist heute auch echt scheiße was bell bringen naja der muss aus dem npc raus das kriegt er nicht auf Musik 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 Ah, ich sehe schon, mein edles Futsch Musik 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 Na komm Geh doch Musik 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 Ah, nicht mehr viel, sie ist fast tot Musik 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 Büros Musik 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 kann gut sein kann aber auch schrott sein so das wären die mv die anstrengendsten mvps erst mal aber auch wenn das katar brauche ich nun nicht, das auch nicht so zwischendurch die restock pause müssen leider auch mal sein ja die normale die ifrit tut es einfach ist ja egal welche ifrit ob sie eine feuer ETPs habe ich auch noch genügend so gucken wir mal was wir da schönes gezogen haben ob sich das gelohnt hat oder ob es schon wieder außer Spiesen nichts gewesen ist oh ein grand cross mit slot genau den habe ich gebraucht perfekto jetzt kann ich mir das herstellen was ich mir schon die ganze zeit herstellen wollte super gut kann ich mir nämlich eine schöne sura waffe herstellen sehr geil mal ein bisschen Geld zu sparen nehmen wir das in und dann gehen wir nach old glassheim da packe ich aber den priester ein das ist eine karskrücke wenn man den anderen priester gewohnt ist jetzt muss ich mal kurz die kuh dauern wie da wieder abwarten bis ich wieder rein kann sieht gerade online technik aus noch relativ wenig los gerade bis jetzt Klappt das bei euch jetzt schon so ein bisschen oder kommt ihr gerade so zurecht? Ich muss erst mal wieder mit der Leiste klarkommen ich hab so lange nicht mehr den Priester gespielt Ah ok auf E hab ich Asperseo Okidoki Soll Soll Mal gespannt wie es läuft Exotcist Musik Untertitelung des ZDF, 2020 Der Priester ist auch mein Charakter, also den schleife ich hier immer mit, weil da kann man sich noch so ein bisschen extra Belohnung abholen. Labere er nicht so viel, schwinge ran die Mobs. Ich muss mal vergleichen, ob der Schaden besser oder schlechter ist. So, nochmal frisch buffen. Leider gehen die Türen erst auf, wenn die NPCs fertig gelabert haben. Das dauert immer ein bisschen. Ah ok, jetzt ist es offen. Ok, 35k. Ok, die haben keine Defense. Mache ich mit dem ADK-Set genauso viel Schaden. Aber ich glaube die sind auch nur undead undead. Dementsprechend wird da wahrscheinlich nichts bringen. Hier ist es im Prinzip auch wieder relativ einfach. Man muss nur alle Monster killen und dann kommt wieder ein NPC, den man anquatschen muss. Und dann kommt man an eine Stelle weiter. Also da muss man auf der rechten Seite, ähm, ja doch auf der rechten Seite müssen wir danach raus. Da sind dann wieder ein paar stärkere Gegner. Also wenn wir die gekillt haben, kommen wir in den nächsten Raum rein. Da ist dann wieder Gegner killen, die ja noch was stärker sind. Beziehungsweise finden sogar mit die gefährlichsten Gegner. Und dann kommt ein MVP und dann wieder weiter. Also es... Das hat wirklich eine reine kill-inni. Ah, Diamanten nehme ich mit. Nehme ich auch mit, ist auch Geld. Normalerweise habe ich mich überlegen lassen, aber momentan ist der Kontostand in Ruhe so gering, dass ich dann doch mal langsam wieder ein bisschen was mitnehmern loot. Hatte noch vor kurzem den Charakter noch ein bisschen neu equipt und ausgebaut. Und das kostet natürlich eine Menge Geld. Ähm, kann doch sein, dass der nächste Stream sogar mal mit dem neuen Charakter ist, dass ich dann einfach mal ein IT ran mit dem versuche. Wenn es dann halt gesundheitlich klappt. Hier wieder schön bis tricksen. Von da aus kriegen wir ja nicht, aber von hier aus. Bis zum nächsten Mal. 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 larven die auch nicht gerade wenig schaden machen die da meine ich am besten ist es wenn die schon tot sind bevor die überhaupt schaden machen können man kann zwar mit dem asser vorbeischleichen aber lohnt sich halt nicht sind so schnell gekillt ein bisschen erneuern den priester oben ab wenn hier alles geklärt ist also wenn jemand später auch mal so probleme hat mit so einer Indie kann ich dann auch ganz gerne mal helfen das ist kein problem ich sitze in meinem charakter meistens mit meinem super gogeta in peon rum und wenn dann so wenn dann was sein sollte wie dass man jetzt probleme hat dass irgendwo ein mvp gespawnt ist also ruhig anschreiben in den meisten fällen kann ich dann kurz helfen so so Das ist aber echt heute ziemlich still. Okay. Hattest du einen Mob am Hintern oder? Sondern das ist einfach nur Hitlock, ansonsten kann es gut sein, dass gerade mal irgendwie laggt oder so, je nachdem auf welchen Zone-Server man gerade ist. Weil ich glaube so manche Zone-Server haben so ein bisschen Probleme momentan. Okay. Dann sind es auf jeden Fall Lags. Kann halt auch mal sein, dass da ein paar Probleme sind mit manchen Zone-Servern, wie gesagt. Aber eigentlich ging es heute. Das selber hat jetzt nicht so Probleme. Perfekt. Hier kann man auch wieder tricksen. Normalerweise muss man da um die Ecke rennen. Jetzt holen wir mal eben kurz das Precision ab. Deswegen killen wir auch die Viecher hier. Feuerendor ist natürlich ausgelaufen, aber es lohnt sich nicht neu anzuschmeißen für die paar Meter. Ja, mira. Gut. 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 21. Glock. Gut gut. Gut. love. gigs. Gut. Gut. Material. dass der Charakter gerade hinter mir herrennt ist eigentlich nur Auto-Follow so ein kleiner Trick wenn man dann Shift-Rechst-Klick macht während man Auto-Attack aus hat dann folgt ihr nämlich einen Charakter ist ganz praktisch wenn man zum Beispiel auch levelt und dann einen Priester braucht hier kann man eigentlich relativ sicher stehen hier allerdings switchen wir die Schuhe und das Accessory und es ganz einfach hier in der Stelle sind verdammt viele Archer und die machen hier nicht gerade wenig Schaden ich glaube bei denen konnte ich das Exorcisten-Set ganz gut nutzen ja hier sind schon verdammt viele von den Archer die ich meine also hier muss man echt aufpassen wenn man da einmal im Moment unvorsichtig ist da ist das auch egal ob du 175 bist da liegste und zwar in Sekundenschnelle also so 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 einmal unvorsichtig und hier liegt man und das dauert wirklich nicht lange so ich geh mir frische Buffs holen das ist wie gesagt nämlich nicht ohne so 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 jetzt noch zum archer gespawnt so 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 das könnte wehtun das könnte richtig wehtun oder auch nicht moment mal da war doch habe ich doch richtig gesehen und ein edu ist auch noch da hat das speed of light getriggert sonst hätte es auch richtig weh getan mit dem mob da also speed of light der effekt den ich habe von den schuhen der gibt 100 perfect dodge also 100 prozent dodge rate von von auto attacks egal ob range oder nahe kampf wird natürlich ein bisschen gesenkt je nachdem wie viel luck der gegner hat beziehungsweise wie viel kript er hat sollte eigentlich jeden moment alles an gegner erledigt sein nicht erledigen muss wo noch nicht okay perfekt so jetzt ist es wichtig dass man wenn man einen anderen charakter hinter sich her schleift dass der auch auf dem bildschirm ist wenn man den mvp killt und ganz wichtig dass man eine deadly an hat aber der macht nämlich so einen kurs so so ein dialog triggere ich mit dem priester ach so hat er die deadly an mal sehen wie schnell der diesmal dauernd ist ich teste mal das hier was ich geliehen hab an dem normal falle dauert ein paar sekunden und er ist weg hat er nur zwei millionen hp ok kaputt vorring karte das hat sich nicht gelohnt das hat sich nicht gelohnt ja den anti arrow lassen wir lieber noch drin weil da kommen immer noch einige archer stop das hat sich nicht gelohnt aus und sowas ist so das ich weiß eu Das war's. So, Gegner müssten eigentlich schon da sein, die können wir schon mal anfangen zu killen. Okay, der Schaden ist hiermit auf jeden Fall ein bisschen größer. Wir versuchen natürlich wirklich schnell die Gegner zu erledigen. Hier ist es dann ein zufälliges Monster, was immer gekillt werden muss. Und der spawnt dann quasi einen Miniboss, den müssen wir dann killen. Ist mit dem Asse am angenehmsten, weil man dann einfach an alles andere vorbeirennen kann. Und auch hier immer sehr konzentriert bleiben. Die Gegner machen ziemlich böse Schaden, wenn die einen erwischen. Ist eigentlich auch ein Indie, mit der man normalerweise als Party reingeht. Also zumindest je nachdem, welche Klasse man ist. Genetik und Gelotin schaffen die auch Solo, aber viele andere Klassen, die brauchen da wirklich eine Party, damit die das schaffen können. Ein Gelotin muss schon ziemlich gut equippt sein, wenn er das Solo schaffen will. Aber die halten nämlich doch schon ein bisschen was aus. Heute wird der aber nicht spawnen. Ein bisschen Asperseo-Zeit habe ich noch. Ich denke mal, ich werde auch auf dem Rückweg hier noch einmal ein Asperseo holen. Ich denke mal, wenn du den Weg hoch gehst, ist er relativ mittig so eine Kafra, sage ich mal. Also am unteren Weg relativ mittig. Da von links, hinter den Häusern ein bisschen versteckt. Der ist da wirklich ein bisschen schlecht zu finden. Also ich würde normalerweise immer am besten über Pay und dann reingehen. Aber gut, es kostet halt jedes Mal Teleportkosten. Ganz am Anfang hat man ja nicht so viel Geld. Kann ich doch schon verstehen, wenn man dann die nächstliegenden eher nimmt. Heute aber auch gar kein Glück. Wie gesagt, das ist absolut random. Es kann sein, dass man eine halbe Stunde unterwegs ist. Kann aber auch sein, dass du einen Monster killst und bist da hat's schon das Richtige. Und das ist gerade wahrscheinlich wieder der nervigste Fall, dass das Monster nicht spawnt. Wenn die ein Message kommt, sollte man am besten keinen Monster mehr killen. Weil da kann es gut und gerne mal passieren, dass man den Doppelsporten das hinterher ein bisschen backt. Also ich weiß nicht, ob die es schon behoben haben. Aber es war vorher immer so, dass wir dann teilweise zwei von den Viechern hatten. Und dann der Weg nicht freigemacht worden ist. Ah, da ist er ja. Na gut. Oh. Das war knapp. Das hätte auch schief gehen können. Da habe ich gerade mal wieder die EDP-Zeit verpennt. Deswegen auf keinen Fall die Gegner unterschätzen. So ein Fehler, wie ich ja gerade gemacht habe, kann eigentlich schon tödlich sein. So ein Fehler, wie ich ja gerade mache, kann ich ja auch noch mal wieder die EDP-Zeit verpasst. Ich muss wieder Monster killen, bis dann irgendwann das Viech spawnt. Ein Buggy-Run. Heute bleibt mir aber auch nichts erspart. Das war's. Musik Musik Okay, also Priester kam jetzt plötzlich durch Ich hab grad mal kurz geguckt, ob der beim Priester irgendwas machen kann Anscheinend kommt der Priester weiter, also hat der grad irgendwas gebackt bei mir So Jetzt nochmal Ah, jetzt geht's auch Warum auch immer, der er vorher nicht wollte Musik 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 Das ist aber auch der vorletzte Teil von der INI, also sind hier auch schon bald wieder durch Wenn dann dir die Dome ohne Neidmaß vornen würde Ah, jetzt stopp, dann lass ich leben Aber ich hab nicht keine Lust, dass der schon wieder rumbackt Okay Du kommst mal mit Perfekt Perfekt So Jetzt noch der MVP und dann war es das Dann ist es die Frage, ob ich dann noch weitermache Oder ob ich dann erstmal eine kleine Essenspause mache und dann weitermache Aber ich denk mal, ich werde dann mal nur eine kurze Pause machen Das heißt, wenn wir mal schnell ein Butterbrot essen und dann mache ich dann wahrscheinlich weiter Also ich werde dann noch eingelogt bleiben und alles Und nur eine kurze Pause machen Ab hier muss man echt aufpassen Vor allem wenn man eine Zweitechse mit sich rumschleift Die geht nämlich hier gerne mal hops Am besten immer so ziemlich am Rand latschen, dann kriegt man auch nicht so auf die Backen Hier relativ mittig Kann man schon mal den MVP triggern Also das Gespräch Und dann ganz wichtig, dass ihr den MVP im Blick habt Das heißt, stellt euren Dummbum am besten hier unten hin Dass er immer schön den MVP im Blick hat Ja, nicht über den Kauder Gut So Hier kann ich nur empfehlen Vorsichtig zu sein Und auch wenn der MVP schnell tot ist, der ist es nicht ungefährlich Okay Damit wird er schon erledigt Das lief diesmal ziemlich gut Auch wenn die OKA ziemlich bescheiden waren Jetzt holen wir noch unsere Belohnung ab Ach, dass ihr jetzt so lange wisst, der D-Bug von Hallucination Walk Und den Priester habe ich auch nur für diese einen Indie gebraucht Ansonsten kann er eigentlich schon normalerweise wieder ausgelockt sein Aber Ich lasse ihn heute mal drin als Werbeplattform Der Asser kommt noch mit Hops Ups Das war jetzt gerade ein kleiner Fehler Hupala Ich hatte nicht mehr den Blick auf die Potions gehabt Ich wollte eigentlich mit Backslide durch Aber habe vergessen, dass ich so ein bisschen weiter nach rechts musste Jetzt bin ich doch noch am Ende grepiert Hm Naja, passiert Also die Akkuse definitiv nicht unterschätzen Ihr habt ja gerade gesehen, wie schnell das passiert Dann ist man nämlich ziemlich schnell hinüber Wir waren ja hier noch nicht ganz fertig Also wir kriegen hier noch eine zusätzliche Belohnung Und die ist eigentlich gar nicht so schlecht Bzw. wegen der waren wir hauptsächlich hier Weil vom MVP die Karte ist zwar ziemlich geil und so Aber das Hauptloot ist was man eigentlich will zum Herstellen der Schuhe Das findet man hier Ich kann nicht mehr tragen Weg damit So Und das war es dann auch mit den Innis Also zumindest fürs Erste Ich denke mal ich werde jetzt so 5 bis 10 Minuten Pause machen Und dann Werde ich dann noch ein bisschen weiter machen Aber auch nicht mehr lange Was braucht man denn die brauchen wir Naja die Karte brauchen wir zwar eigentlich nicht Ja größtenteils ist das echt Müll was da droppt Ich bin wirklich Ja naja gucken wir mal was haben wir denn da schönes die hebe ich mal auf den abwisch also größtenteils Müll wie man sieht aber immerhin haben wir Jönchen wie gesagt lange mache ich wahrscheinlich dann nicht mehr ich denke mal noch eine kleine inni oder so muss ich mal schauen dann würde ich wahrscheinlich auch fürs erste dann feierabend machen ich will es noch nicht ganz so übertreiben ich muss bald wieder neuen staff kaufen ist bald alles leer gut ich habe schon mal ein bisschen aufgestockt für gleich und ich würde sagen wir sehen uns dann in fünf bis zehn minuten wieder ich las so lange noch den stream laufen und wir hatten eine kleinigkeit essen also ihr könnt auch gerne zwischendurch was reinschreiben und ich achte auch auf den chat und komme dann auch mal kurz an den pc und antworte bis gleich bis zum nächsten mal kurz 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 Musik 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 Hallo Medo Willkommen im Stream Wie ihr wahrscheinlich schon am Chat seht Ich mache jetzt mal eine ganz kleine Pause Esst mir ein zwei Butterbrote und dann gehts noch weiter Musik Bis gleich Musik 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 Amen. 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 So, da bin ich wieder und wir machen auch sofort weiter. Amen. Ich habe mir überlegt, statt langweilige Indies zu rennen, weil die letzten Indies, die da noch sind, sind wirklich ein bisschen langweilig. Dass wir mal eine kleine MVP-Tour machen. Ich weiß doch nicht, was wirklich da ist. Backseat Gamer, das heißt einfach, wenn ich zum Beispiel, ich sag mal, einen Action-Adventure oder sowas in die Richtung spiele und dann jemand halt durchgehend meint, dass er es viel besser kann. Und alles besser weiß und dementsprechend einen quasi das ganze Spiel erklärt, während man versucht, eigentlich selber irgendwie den Leuten was zu erklären. Also quasi wie ein Beifahrer, der eigentlich immer alles besser weiß und einen damit vollquatscht. Gibt es leider ziemlich viele, die sowas gerne machen und bin ich jetzt nicht unbedingt der Freund von, weil ich habe auch viele ältere Spiele, die ich dann let's playe. Und die sind teilweise tatsächlich, obwohl die Spiele schon ziemlich alt sind, immer noch blind. Das heißt, da mag ich das nicht so gerne, wenn man mir schon alles erzählt von dem Spiel. Also wir werden jetzt so einfach, wie gesagt, ein paar MVPs noch schauen und ja, vielleicht noch die eine kleine INI laufen. Ich weiß aber noch nicht, ob die sich wirklich lohnt, weil die ist an sich, ich sag mal, ein bisschen langweilig, weil die ISI ist halt wirklich einfach. Es ist aber halt eine schöne INI, wenn man ein Equip haben möchte. Gerade für Arthur Classes kann man sich da richtig geiles Katar holen, damit renne ich momentan rum. Hier das Thanatos Katar. Und hier gibt es halt INI plus 6, Witt plus 6, Lack minus 6, das war jetzt nicht so schön für Crit, aber hat eine Chance, 5% HP und SP zurückzugeben, während man Damage macht. Und, ähm, gibt es zusätzlich, hat zusätzlich eine 220 Atika und ist eine Level 4 Waffe, also die macht wirklich gut Schaden. Ähm, wie ist sie jetzt gleich? Ich sag nochmal, Tanatos, Eni. Kleinen Moment, ich muss mal ganz kurz gucken, wo wir unsere Castes gerade haben. Okay, wir haben Geffen und Aldebaran gerade, aber ich kann mal gucken, ob die GDs gerade offen sind. Ich zeig euch die INI vergleich mal eben, das ist wie gesagt eine Sache von ein paar Minuten, die ist wirklich nicht schwer. Ich hab jetzt ein halbes Jahr Pause gehabt, also ich hab auch teilweise schon ein bisschen die Namen der Indies vergessen, ich weiß nur, äh, was da zu tun ist, etc. Äh, okay, zu, schade. Ah, Ghost Palace, genau so hieß die. Also Ghost Palace war die INI. Ich hab gerade nochmal ein bisschen überlegen müssen. Die ist halt wirklich nicht schwer und das ist halt so eine INI für, ich glaub, ab 120 oder ab 110. Auf jeden Fall muss sie mal nicht besonders hoch sein. Und die hat man auch relativ gut geschafft. Ähm, ich packe mir auf jeden Fall noch ein Butterfly Wing ein, dann muss ich nicht jedes Mal den ganzen Weg gerade latschen. Von Terra schau ich auch mal vorbei, ob der offen ist. Von Terra schau ich auch mal vorbei, ob der offen ist. Das ist mein kleiner Priester, der hier steht. Ähm, mit Level 132 als Ex-Mechanik könntest du eigentlich relativ gut Scaraba holen. Da musst du allerdings eine kleine Quest, naja, kleine ist, ist ein bisschen simpel ausgedrückt, aber eine relativ große Questreihe dafür machen. Und ansonsten, wenn du eine Party kriegst, ist Bio 2 noch ziemlich gut. Ich meine so, du müsstest es auch gehen, wenn du ein bisschen Equipment hast. Allerdings musst du da dann echt aufpassen, weil die Viecher sind echt böse. Also das wären so noch die Levelplätze, die man im niedrigeren Levelbereich machen kann. Ansonsten muss ich mal überlegen, mit 130, ne, also Clock Tower, also Nightmare Clock Tower ist noch zu groß. Die Clash ist auch noch zu groß, das ist eigentlich noch Bio 2 der Levelort, wo man als Party hingeht auf dem Level. Nameless Island müsste rein theoretisch auch gehen, braucht aber halt auch eine Questreihe. Die Zombies sind jetzt halt nicht sonderlich stark. Kops. Ah, okay, ist offen, sehr schön. Mal schauen wir doch mal, ob ein MVP da ist. Achso, okay. Ja gut, ich sag mal, mal abgesehen jetzt von den Levelpartys, die ich hin und wieder mal mitmache, beziehungsweise im Moment halt auch pausiert hab, bin ich auch größtenteils Solo unterwegs in dem Spiel. Oder halt ansonsten DOE mit Gilde. Was man natürlich dann nur mit Gilde wirklich schaffen kann. Oh, ja gut, ich hab schon Anti-Dämon an. Aber hier müsste an sich nen Waffe rumlungern. Nix. Solo, weil keine Zeit für ne Gilde oder eher... Ach, schade, er ist schon tot. Oder eher, weil, äh, keine Lust so auf Gruppenplay oder... Den hat leider schon einer aus unserer Gilde gekillt. Schade. Ja, wird der andere sehr wahrscheinlich auch tot sein, so wie ich ihn kenne, geht ja normalerweise alles. Aber wir probieren es einfach mal, ich weiß ja nicht, ob der eventuell den einen oder anderen ausgelassen hat. Glaub ich zwar nicht. Gäste. Gäste. Aber ich sag mal, sind auch viele hier, äh, bei mir zum Beispiel ne Gilde, die halt auch... nur hier und da mal spielen können, halt auch wegen, entweder Frau, Kinder oder Arbeit. Das gehört dazu, aber ich finde, das verhindert eigentlich normalerweise nicht, dass man, äh, auch mal in der Gilde beitreten kann. Gäste. 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 zwischen, ganz einem Weg. Ja, gut. Es hat sich schon ein bisschen spät zum MVP gesagt. Das war, ähm. Das war jetzt blöd. Das liegt daran, dass ich die Leistung von dem Priester nicht gewöhnt bin. Die brauche ich und die brauche ich. Wir können bei normalen MVPs schauen, ob da was da ist. Edgar wird mit Sicherheit dauergefarmt sein. Er schafft die Abbau für die Wälder der Webseite. Ich habe die Abbau für die Abbau für die Abbau für den Spiel. Ich habe vorher noch mal zum innen vorbeigemusst, aber naja, ich denke mal, unterwegs kriegen wir schon einen kleinen Mobs zusammen, dass wir dann mal einen Kurs HP tanken, äh, SP tanken, meine ich. Nein, ich wollte ihn auch gar nicht vollquatschen, Mann. Ah, ziemlich viele Neulinge anscheinend momentan wieder auf dem Server, ich sehe jedenfalls jede Menge kleine Shars leveln. Ah, hier hinten ist meistens ein bisschen mobbiger, aber auch nicht viel. Das war nichts. Ach, den Arsch habe ich auch so spät gesehen. Oh, der ist noch ziemlich klein. Na, es wäre nett, wenn das Equipment mal triggern würde, ich könnte nämlich jetzt gerade echt mal ein bisschen gut SP gebrauchen. Deswegen mobbe ich auch gerade ein bisschen. Aber hier ist ja auch nichts. Telepottlack habe ich heute auch nicht unbedingt. Also hier hast du ein bisschen mobbiger, vielleicht kriege ich hier mal ein bisschen SP zurück. Ja, Posey Bug of Doom. Ah, daneben nicht. Für Geldfarmen, ich würde sagen Immortal Hearts, Heart of Mermaid, Stamps, Poison Spores, das sind so die Sachen, die halt am meisten gekauft werden und von Spielern gebraucht werden. Also da müsste wahrscheinlich die größte Chance haben, da was los zu werden. Ansonsten halt Karten, wie hier zum Beispiel Archer Skeleton, die Karte ist knappe 100 Millionen wert. Oder halt, wenn man mit X-Tornado ein bisschen was killen möchte, in Bialan. Ah, ist auch schon tot. Ah, sieht schlecht aus mit MVPs. Na klar, man könnte jetzt natürlich ET gehen, aber das ist mir momentan noch ein bisschen zu anstrengend. Zumal ich jetzt eben ziemlich viele Innis am Stück gemacht habe, die halt schon ziemlich langwierig waren. Da möchte ich jetzt nicht unbedingt noch ein ET dranhängen. Es ist dann auch noch zu viel Belastung für die Schulter bei mir. Hmm... Hmm... Na ja, ich hatte vor einer Weile eine Schulter-OP gehabt und dementsprechend da habe ich die Schulter noch nicht ganz zu belasten. Das ist hier zwar auch schon was her, aber Schulter macht halt immer noch hier und da Probleme. Heute geht es einigermaßen, das hätte ich auch nicht den langen Stream heute gemacht. Aber das wird schon besser mit der Zeit. Ich wollte eigentlich zuerst schon reingeschrieben haben, dass jederzeit halt auch der Stream abgebrochen werden kann, wenn irgendwas ist, aber... Momentan war das noch nicht nötig. Na, guck mal, ob die Pfeife da ist. Also das mache ich kurz die zwei Innis... Danke. Mache ich noch kurz zwei Innis und dann machen wir auch, denke ich mal, Feierabend, weil... Da habe ich auch nicht mehr wirklich was an Material, sage ich, was ich noch zeigen kann, weil die Innis sind jetzt noch zwei Stück. Obwohl, ich kann noch die kleine Airship-Innie mit dazu nehmen. Also es sind drei. Aber die sind relativ schnell abgehandelt. Na, ich denke zwar, dass Breakdown ist, aber... Man kann es ja versuchen. Ja, dachte ich mir schon. Shino Bakura. Na gut, ich würde sagen, bevor wir hier weiter rumsuchen, machen wir lieber die Innis. Der hier keine Coo-Down kriegt. Braucht man dann nicht, das braucht man dann auch nicht, die brauchen wir. Machen wir erstmal die kleine Malango-Innie, die geht ein paar Minuten, fünf Minuten oder zehn Minuten. Na, eher zehn Minuten, fünf Minuten ist ein bisschen sehr kurz. Da rumpen wir mal eben durch. Sind es da noch sehr viele Innis, die es hier sonst auf dem Server gibt, die was schwieriger sind, aber... Die schaffe ich momentan nicht so wirklich. Also Facebook-Queen würde ich normalerweise auch mit dem Asser machen, aber... Das ist mir momentan dann doch noch ein bisschen zu anstrengend. Die ist ja auch relativ anstrengend, wenn man fit ist. Das ist dann ein Indie, die ich dann Möglichkeiten nicht kombiniere mit den anderen extrem langen Innis. Weil die raubt echt den letzten Nerv. Die Innis hier, ich glaube, die ist ab Level 80 oder so, das ist eine ganz leichte Innis. Außer beim Miniboss am Ende muss man ein bisschen aufpassen, dass man ihn schnell killt. Oh, nice, nice. Unser Koja aus der Gilde hat gerade einen Rekord gebrochen. Sehr geil. Wenn wir gerade von Facebook-Queen reden. Ich sag mal, Food ist jetzt hier eigentlich nicht unbedingt so nötig, aber ich schmeiße es mal ein, damit die Viecher einfach schneller tot sind. Dreht man sich einmal, dann sind die nämlich weg. Da habe ich noch kein Set hier bei. Ich habe momentan auch das spezielle Set, was ich da zwischendurch mal teste, auch nur geliehen, weil mein Set ist noch nicht so hoch geabt. Hier muss man einfach auch komplett alle Gegner killen. Und naja, die sind da ziemlich lasch. So spare ich mir halt eine Drehung. Woops. Also bin ich gerade selber schuld. Ich habe vergessen, die Antrosen anzulegen. Aber sieht man schon, also die machen überhaupt nichts. Die Indy kann man auch wunderbar mit einem Ranger zum Beispiel machen. Der kann dann auch besser die Hydras killen. Ich weiß gar nicht, ob man die auch killen muss, aber ich haue einfach alles rum. Das Headgear, was ich gerade an habe, das ist ein Kostüm. Macht halt Dex plus 2, Aki plus 2 und Flie plus 5 Kombination mit so einem Observer. Ist halt so ein Kostüm mit Effekt. So kann ich mal ablegen, dann kann ich eher das hier tragen. Obwohl da eigentlich Pott wie Deckel ist, die sind sowieso One-Shot. So, noch zwei Räume und dann kommen wir schon zum Miniboss. Also das ist wirklich eine super Mini-Indy, die man sehr schnell durchjagen kann. Zum Ende, der Boss hat eine ziemlich gute Karte und zusätzlich droppt er auch häufiger mal so eine High-Weapon-Box. Und da kann dann auch richtig gutes Equipment drin sein. Also bei der ersten High-Weapon-Box, die ich hier gezogen habe, habe ich richtig Schwein gehabt, da habe ich nicht einen Combat-Knife rausgezogen. Und das ist ja auch gut was wert. Wo wollt ihr hin? Ach, die sind aber zwei Autos jetzt kaputt. Also wir halten wirklich nichts aus. So, letzte Tür. Also war auch schon durch. Wie gesagt, die Indy kann man eigentlich ziemlich gut machen, schon wenn man ein kleines Level hat. Als die Ruhe aufmer achten muss, dass man eine Un-Frozen am besten hat oder eine Wasserrüstung noch. Für den Boss, wenn man noch nicht so hoch ist. Und sonst, ja, Wind-Element-Converter oder Wind-Element-Waffe dabei haben. Da kann man die eigentlich ziemlich schnell einfach durchruppen. Ja, der SP-Rack ist momentan ziemlich bescheiden. Ich glaube, so viel brauche ich gar nicht für den MVP. Dann kümmern wir ihn mal eben schnell so. Jetzt bin ich sowieso komplett leer. Naja, komm. Jetzt war der Geiz. Dann würde ich sagen, machen wir mit dem Boss kurz einen Prozess. Das war's. Und geizig wie immer. Das war Octopus Cave in Schnellformat. Das war's. Ich würde sagen, machen wir zuerst die Airship-Indie. Die geht relativ schnell. Und ich glaube, ich würde vielleicht sogar mal Gavin Magic Tournament testen. Wie gut das funktioniert mit dem Set, was ich gerade geliehen habe. Habe ich dabei... Ja, habe ich einmal Immortal. Okay. Ähm... Ähm... Mal kurz gucken. Ich bin fast hin. Ich bin fast hin. Ich bin fast hin. Das wird die Sarahs Innie sein Das ist die kleine Sarahs Innie, die lohnt sich überhaupt nicht Vielleicht für den Anfänger ein bisschen Food rauszuholen ist ganz ok Aber im Großen und Ganzen ist die Innie eigentlich ziemlich Müll vom Loot her Da gehts nach Splendid Aber ich habe so eine lange Pause gehabt Das muss ich erstmal wieder zurechtfinden Amit White, hier wird das Ja Das ist das Geffen Magic Tournament Achso, ich muss erstmal warten bis es abgelaufen ist Oh Ich sehe gerade, ich habe auch noch eine Kleinigkeit vergessen Einmal ein unzerstörbares Kartal und Das hier Das hier Ah, Minutesch, dann müssen wir noch warten, dann komm mal rein Ich bin Ich bin Ich bin Ich bin Und Ich bin Ich bin Moment, wir machen es einfach schneller! So, ich muss noch nicht ganz so lange warten. Die INI muss ich aber vorweg schon sagen, ist nicht ohne. Also, ich weiß nicht ob ich ihn komplett schaffe, also bis jetzt habe ich sie mit dem Asano nicht komplett geschafft. Allerdings fehlt mir auch eine KVM, also ich hatte noch kein KVM Katar, was ich mir aber auf jeden Fall noch holen werde. Aber diese Wartezeit. Komm, 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 wir werden los! Komm, 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 komm! WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Und da war sie auch schon K.O. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Sehr schön! WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Was für ein gefährlicher Gegner, ein Novize! WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Nächster bitte! WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Okay, da war ich zu schnell. Die hatten wir ja gerade eben schon mal kurz gekillt. Das ist gerade mehr oder weniger so ein bisschen Schnellformat, deswegen sind die jetzt auch gerade ein bisschen übereinander gelegt. Zwei Minuten Debuff, naja egal. Mit der Zeit halten die dann doch schon ein bisschen was aus, aber auch nicht die Welt. Jetzt ist sowieso vorbei. Hallo Luxi! Das reicht noch ein bisschen mit SP, obwohl mit Öxid. Hallo G-Sora! Jo! Genau, ist einer aus der Gilde bei mir. Ach Nenya, was versuchst du da? Und kaputt! Ja, der Sasuke ist aber nur ein Tekenschar von mir. Der Main-Shark von mir ist Go-Gator in der DZK-Gilde. Okay. Das wundert mich. Gut, ich hatte zwar eben mal ein paar Probleme gehabt beim Stream, aber das waren eher so technische Probleme von meiner Seite her. Die habe ich aber eigentlich eben behoben. Okay, noch sind die Gegner relativ harmlos. Danach muss ich aber langsam ein bisschen vorsichtiger werden, weil dann kommen dann schon Gegner, die ein bisschen mehr weh tun. Abhut! Ah, läuft doch! Puh! Noch kommen die etwas leichteren Gegner, aber nicht mehr lange. Hab schon ein bisschen Bammel vor der Altsche, wenn die kommt. Dann muss ich verdammt schnell die Russen zwitschen, sonst ist die nämlich Schrott. Jo, viel Spaß dann! Danke! Ah, ich glaube, so langsam aber sicher müssten die kommen. Ah, danke schön! Ich weiß aber auch nicht, wieso es mir nicht angesagt worden ist mit dem Host. Ah, wahrscheinlich muss ich da noch ein bisschen was einstellen. Jo! Jo! Ah, die Alerts sind wahrscheinlich noch nicht alle richtig eingestellt. Ich habe alles mal neu machen müssen und dementsprechend wird das wahrscheinlich alles noch nicht mehr richtig eingestellt sein. Ähm, ich habe den Streamlets, nutze ich den Streamlets Chatbot. Autsch! Also hier soll man irgendwie dann später hochflitzen können, um sich zu sichern. Okay. Na, muss ich mal gucken. Mal sehen, wen habe ich. Habe ich die Nervtüten... Ich habe die Nervtüten, Altsche! Ich hasse diese Altsche! Die ist mit Abstand einer der schlimmsten Gegner! Puh! Oh! Das wird hart, das wird richtig hart! Ich bin ganz gut dabei bis jetzt. Oh, das ist das nervig, wie ich sie gesehen habe. Die macht aber auch Damage ohne Ende. Also. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ja, ich habe ja schon gesehen, dass er auch Ragnaroth Streams bei uns im Discord, da wird ja angezeigt, wenn es Streams. Ist an sich auch gar nicht so schlecht, ich sag mal, ich bin froh, wenn ein bisschen mehr Leute Werbung machen für das Spiel. Aber was Streamen angeht, während BOE streamen wir nicht, das ist einfach aus dem Grunde, es gibt Gilden, die gerne Stream snipen und da hat man dann auch nicht unbedingt Spaß dran, wenn man dann gejagt wird. Okay, das war die Indie. Die machen wir jetzt aber nicht, die ist noch ein bisschen anstrengend gerade. Ah, Ghost Palace. So, zwei Indies machen wir noch, dann mache ich aber auch Feierabend für heute mit Streamen, weil dann war das heute schon wieder ein sehr, sehr langer Stream. Und dann müsste das auch reichen für heute. Ich glaube, der Bot spackt mal wieder rum, deswegen habe ich eben auch keinen Alert bekommen. Ja. Äh, eigentlich schon. Eigentlich sollte sogar ein Bot drin sein, aber irgendwie Bot momentan, irgendwie ziemlich dumm. Bot momentan ziemlich dumm. Ich muss hier nochmal neu einstellen, ich habe keine Ahnung wieso der streikt. Ich hatte vorher einen anderen Bot gehabt, aber der funktionierte nicht mehr wegen Windows 10 Wechsel. So, das ist jetzt eine etwas chilligere Indie, da werden wir auch ein bisschen klauen. Apropos klauen, ach da habe ich Klauen drauf. Hier sind wir in erster Linie drin wegen diesen Gray Shards. Na komm. Heute alles so ein bisschen failig noch. So ist es nicht. Also ich sag mal, es ist so bei uns, dass wir zwar Shards ausleihen für WoE, aber halt auch eher so, ich sag mal, als kleine Hilfe, dass man schon uns unterstützen kann. Aber auch in Ruhe seinen eigenen Shard leveln kann für das WoE. Weil es bringt ja nichts, wenn jetzt zum Beispiel jemand gerade neu ist im Spiel, hat dann vielleicht ein Shard Level 60, Level 70 und will dann zwar WoE helfen, aber mit so 60, 70er kann man halt nicht wirklich was machen. Ich finde das ist eigentlich eine recht schöne Indie, es ist halt wirklich chillig und angenehme Musik. Normalerweise sagen wir ab 150 ist so die Range, wo man anfangen kann mit WoE am besten. Man kann aber auch vorher schon helfen, also ich sag mal, als Taker oder halt als Scout, also sprich Karsis absuchen. Oder halt auch, wenn man einen anderen Shard ausgeliehen kriegt für das WoE, dass man da und da mit unterstützt. Also man kann eigentlich schon relativ früh bei uns anfangen mit WoE. Und wenn es halt dann mal als Warper ist, wenn wir keinen Warper haben. Also bei uns wird keiner ausgeschlossen. Ja, wir haben extra einen Warper-Account, den wir verleihen fürs WoE. Achso, ja klar. Nicht unbedingt, wir haben einen Guilden Warp-Account, den ich erstellt habe und auch zwei andere Ausgegilde haben den erstellt. Und wir haben den bei uns im Forum drin sogar, sodass jeder Member die auch nutzen kann. Muss man sich halt ein Forum einmal registrieren und dann Rechte bekommen. Dann kann man den Warper auch nutzen. Einzige Bedingung ist halt, dass man immer die Gemsons auffüllt, wenn man den benutzt hat. Also häufiger benutzt. Und der darf halt nicht extern ausgegeben werden, sprich nur die Member in der Gilde dürfen ihn benutzen. So, hier in dem Raum gibt es jede Menge zu holen. Die Grey Shards brauchen wir, ich glaube, 200 Stück, dann kriegt man eine neue Waffe. Und die sind ziemlich geil. Ich möchte mir nämlich als nächstes so eine Maze holen für meinen Sucher. Ja, ich bin sozusagen das wandelnde Roh-Wiki. Also in der Gilde, sobald ich einlogge, ist es normalerweise so, dass ich von zig Leuten gelöschert werde wegen irgendwas. Und das ist völlig normal, ich bin das gewohnt. Ich spiele aber auch schon, wie ich schon am Anfang mal gesagt habe, seit 17 Jahren und kenne mich deswegen bestens aus mit allem. Großteile Indies renne ich alleine, außer halt jetzt ein paar spezielle Indies, die halt wirklich nur als Gruppe gehen. Ich kenne halt von den meisten Gegnern die Schwachpunkte und alles. Ja, gut, bei mir war es schon ein bisschen sehr extrem aktiv, sage ich mal. Meistens halt, weil ich dann, ich sag mal, so Zeitarbeit hatte, das war auch zeitweise so, dass ich dann tagelang gerade keine Aufgabe bekommen habe, deswegen relativ viel Zeit hatte. Oder halt, ich sag mal, neben der Arbeit, neben der Ausbildung auch meistens Zeit genommen dafür. Hier die Zombies kann man am besten beklauen, weil da kriegt man richtig schön viel Schatz raus. Ich denke mal, bei einem guten Run so 50, 60 Stück sind da schon drin. Ich denke mal, ich denke mal, ich bin Grund, dass ich darum kann, wieOOD schon immer noch nicht schön führe sein. Das Gemeinde ist hier nur an dem Boden und man sieht sehr schlecht wo die Dinger liegen. Cloud ist natürlich auch nicht so toll weil er kaum Decks hat im Vergleich. Es ist ja kein reiner Rolling Cutter Build sondern eher mehr auf Crit ausgelegt. Ich bin halt noch nicht so sicher ob ich den Umbau auf Rolling Cutter Build. Ja da sind zu viele auf einen Haufen. Ich möchte ihn in der Möglichkeit alle beklauen weil nur so kriegt man hier wirklich gescheit Charts zusammen. Alles andere lohnt hier eigentlich nicht. Ja da muss ich doch mal eine Ziel drücken. Die Musik die jetzt gerade im Hintergrund läuft die lief sogar auf Euro wo die den Server geschlossen haben. Da hatte der GM extra einen Event gemacht wo dann die Musik gestartet worden ist. So quasi als Server Abschied. Okay den habe ich anscheinend schon geklaut. Ja das ist wieder zu viel auf einen Haufen. Das dauert hier eigentlich am längsten das geklaue. Aber wie gesagt es lohnt sich halt wirklich nur wenn man wirklich die Gegner hier auch geklaut. Andernfalls kriegt man so wenig hier raus. Das dauertiony Pferd wird nicht. Das dauert einen Haufen. Ja da sind die Musik in die Musik. schon 24 Stück, das ist schon gar nicht so schlecht ist es zwar auch nicht, ich sag mal massiv gut, aber es ist schon nicht schlecht ich glaube auch nur mit dem Asser, wir könnten jetzt normalerweise schon weiter, das machen wir aber nicht, weil hier spawnen noch eine Welle Gegner zum Beklauen, dafür muss man aber einen bestimmten Gegner gekillt haben, den haben wir aber schon gekillt, weil der hätte dann nämlich nicht so den Trigger gezählt so hat man dann nochmal ein oder zwei Wellen Glück, bzw. eine Chance nochmal ein bisschen was abzufarmen am besten macht man das dann wirklich mit einem Steel Chaser jetzt kommt die aber auf einen Haufen an na wenn ich vorsichtig bin müsste das eigentlich gehen den lässt sich nicht beklauen, ich glaube den hatte ich schon da muss man echt verdammt aufpassen, dass man nichts von den Dingern übersieht Boden ist so dunkel Ich bin so oft so Scharts übersehen Und nicht so schnell klicken Die Dinger halten nämlich nicht viel aus SB will aber auch heute überhaupt nicht Ich hätte die Arc Angeling mitnehmen sollen Vom Priest Normalerweise wäre die Eni schon längst durch Aber hier möchte ich halt wirklich Wenn ich die Eni schon mache Alles mitnehmen was man mitnehmen kann Weil die hat dann auch 24 Stunden Cooldown Und man braucht halt so viel von den Charts Wenn man einfach durchwascht Dann hat man vielleicht 10 Stück Das heißt man müsste 20 mal rennen Und so spare ich mir Ja dann doch so 15 Runden die ich hier hätte durchrennen müssen Aber ich glaube das war es jetzt auch hier Also kam nur noch eine Welle Gut Ach die lohnt sich schon fast nicht zu beklauern Weil die einfach so extrem viel Flea haben Jetzt ist das gerade mal geklappt Also 1, 2, 3 mal kann man versuchen Und dann sollte man die einfach killen Aber das ist ja den SP-Verbrauch nicht wert Auch wenn die natürlich gutes Food droppen Was nicht übel ist Also ich würde danach noch die Airship Indie machen Und dann sind wir auch durch für heute Ich glaube das war es auch wieder an Gegner Ach da ist noch einer Ah die sind echt scheiße Beklauen die Viecher Ich schätze mal mit 50 werde ich am Ende rausgehen Das ist schon gar nicht so schlecht Na Das ist auf mich zu verarschen Er droppt immer 3 Stück Wenn man ihn beklaut Wenn man ihn beklaut Ist auch nicht schon schade um die Berry Ich hätte ein bisschen mehr von den kleinen SP-Zeug mitnehmen sollen Gucken ob hier noch irgendein Gegner über ist Weil die sollte man schon alle mitnehmen Wenn man die Möglichkeit hat Aber schaut nicht so aus Jetzt kommt schon der letzte Raum Da sind wir auch schon durch Also mit der Indie zumindest Dann kommt halt wie gesagt noch die kleine Airship Indie Dort auch nur ein paar Minuten Die zu beklauen lohnt sich besonders Weil die eigentlich fast jedes Mal so ein ATK-Foot haben Und ein M-ATK-Foot Zusätzlich noch zu den Shards Die sind eher so semi gut Also die droppen fast nie was Sind halt relativ easy zu beklauen Aber bescheiden vom Drop Hört stopp Da liegt noch ein Entkraut Naja immerhin mal ein Shard getroppt Das ist relativ selten bei denen Aber weil die halt auch welche droppen Sollte man die trotz allen immer versuchen zu beklauen Ich glaube von 10-20 Versuchen Hat man dann einmal so ein Shard bekommen Wenn man den beklaut hat Ist es natürlich nicht unbedingt eine tolle Rate Aber haben oder nicht haben Ich bin heute echt gut dabei Fast 60 Stück Das ist nicht häufig Jetzt wieder nix Jo Gerne doch Auch einen schönen Abend Unser Sephiroth Oder auch Sakrai genannt Hier Er sieht aber halt auch einfach auf dem Bild Exakt aus wie Sephiroth Naja Ghostbatt es wäre damit schon so ziemlich erledigt Jetzt noch Belohnung abholen Und das war Also wenn man die Indie das erste Mal rennt Sollte ich Kann ich nur jedem empfehlen Lest euch die Story durch Da erfahrt ihr etwas zu Thanatos Das ist schon ziemlich interessant Ich gehe jetzt mal kurz zurück Noch ein bisschen kleines SP-Zeug holen Sollte ich jetzt nicht die Barrys drücken muss Wenn die mir zwischendurch mal die SP ausgehen Mal sehen Das sagen die Shards 164 Stück Also einmal müsste ich da noch rein Sp-Zeug Reicht noch alles? Ein paar Bier Sollten ausreichen Da war Morse's Cave Da waren wir ja eben schon Ja genau Explorer Lion Airship Assault Ja das ist auch die letzte Indie für heute Bevor wir Feierabend machen Und zwar Im größten Im größten Im größten Of acute Ein Im größten Ich denke mal, ich werde gleich mal im Discord jemanden fragen, ob der mir mal hilft, den Stream der Chatbot einzurichten oder irgendwie funktioniert er ja gar nicht. So, na denn, Endspurt. Ah, und hier ist unsere Fenrir, die wir gerade eben umgeklatscht haben, so auf letzter Sekunde. Ach, Quatsch, Runden lang. Die Eni ist eigentlich angenehmer, wenn man einen Genetic oder so hat, der auf Range die Gegner killt. Bei so einem Nahkampf ist die Eni echt ein bisschen blöd. Aber, ist halt auch so easy peasy, dass man einfach durchrubbt. Ach, die Schuhe brauchen wir nicht. Ist an sich ein cooles Set, wenn man noch kein großes ATS-Gear hat. Leider ist das aber nicht dealbar, deswegen bringt das mir überhaupt nichts. Auf dem Account, die Charaktere sind alle voll equippt. Das wäre blödsinn, damit rumzurennen. Das wäre blödsinn, damit rumzurenne. Ach, deswegen glaube ich nicht, weil er so komisch um die Ecke steht. Da haben wir noch welche. Die E-Ni ist auch sehr kurz, also die geht jetzt noch ein paar Minuten. MvP hat halt auch ein ziemlich großes HP-Polster, aber umsonsten ist er jetzt auch nicht unbedingt gefährlich. Das sind halt jetzt gerade eher E-Nis für kleinere Chars, aber der MvP hat halt ziemlich geiles Loot, dementsprechend sollte man die E-Ni trotz allem da machen. Also das Equipment, was er droppt, ist mit das Beste, was man haben kann. Und dafür ist die E-Ni wirklich leicht. Jetzt kann ich euch noch einigoten. Und dafür steht uns jetzt gleich noch keine Ecke, weil die Ecke eben ohne thousands THOMOS-B Alshege. Komm ran! Sonst nix mehr? Da hinten mal irgendwas? Nö Man kann natürlich auch sich hier totmobben wenn man nicht aufpasst ganz klar aber groß und ganz ist hier eigentlich kein Problem Jetzt nochmal die Ebene da rüber clearen und dann ist man eigentlich schon fast durch dann kommt noch kurz der Miniboss sag ich mal MVP ist es nicht auch wenn er HP hat wie in MVP CO2 Kai Kurs So, wenn wir dann gleich mit dem Stream durch sind, schaue ich dann mal, ob ich noch jemand raiden kann. Ich weiß noch nicht, ob irgendjemand gerade streamt. Bin am anderen PC leider nicht eingeloggt. Ich kann nur den Chat mitlesen. So, noch der MVP und dann sind wir durch. Ich weiß nicht, ob der Demi-Jummel war oder, ach keine Ahnung. Ich habe erst noch so ein komischer Drache und das ist auch nicht unbedingt ein Problem. Und kaputt. Das war aber nicht der MVP, das war jetzt, beziehungsweise nicht der Mini-Boss. Das war jetzt einfach nur ein kleiner Wüvern. Und kaputt. Hau ich dann ein bisschen mehr Zeug rein, weil der hält ein bisschen was aus. Gucken wir mal. 9K. 8K. 9K. Insekte sei auch nicht. Ach ne, stimmt, der war ja Holy. Äh, Holy sag ich schon, der war glaube ich Shadow, oder? Ja, Shadow war der. So, der ist jetzt auch gleich tot. Äh, nö, zur Zeit nicht. Ist momentan ist eigentlich nur ein normales, ähm, Oster-Event. Gar nichts. So ein Geizkragen. Ach so, mit der Anzeige, das bedeutet einfach nur, dass er grad Premium aktiv hat. Hier ist es so, wenn du Premium hast, hast du 200% Erfahrungspunkte. Hast du kein Premium, also bis Free, äh, Spieler hast du 100% nur. Das selber halt auch bei der Drop-Rate. Wenn du allerdings, ähm, kein Premium hast, kriegst du auch 5% XP-Penalty, statt 1%. Ja, war doch heute, naja, ich sag mal, so semi-erfolgreich. Loot-technisch, ja, die Waffe war ziemlich geil, ansonsten, das Loot eher so, ja, hätte wasser sein können. Alles noch ein bisschen faily, also man merkt schon, dass ich sehr, sehr lange nicht mehr gespielt hab. Ähnliches, die ich normalerweise ohne Probleme geschafft hab, bin ich dran ein bisschen gefällt. Ich gucke mal, ob jetzt jemand da ist, den wir noch raiden können. Und ansonsten, wenn was ist, ich bin immer noch da in Ragnarov Online, und zwar in Payon. Ähm, wenn es euch gefallen hat, ihr könnt dann auch gerne mal auf meinem YouTube-Kanal vorbeischauen. Da hab ich auch einige Ragnarok-Guides und auch, ähm, hier und da so ein paar kleine Hilfestellungen. Und auch so ein paar Retro-Let's-Play-Streams. Wenn man mal in Firefox gerade will. Ah, der PC ist momentan dezent nervig. Ich würde mich mal echt interessieren, was Microsoft da mit dem letzten Update wieder für eine Scheiße draufgepackt hat. Na komm schon. Ah, der PC ist momentan. Irgendwie spackt gerade das Firefox ein bisschen rum. Na, ich glaube, ich muss bei Zeiten einfach den PC entweder nochmal neu aufsetzen oder mal schauen, was da jetzt genau nicht will. Würdest du dich bitte bequem im PC? Na ja, war ja heute schon das Problem gewesen, dass sich der PC immer aufgehangen hat. Deswegen gehe ich auch stark davon aus, dass da momentan irgendwas im Argen liegt. Ah, ich glaube, jetzt baut Twitch auch langsam auf. Keine Ahnung, was das gerade wieder für eine Macke ist vom Computer. So, ich hau euch mal einen Link rein und zwar ist das mein YouTube-Kanal und dort habe ich auch einige Ragnarok-Videos und auch andere Videos drin. So, ich mach mal eben kurz, schau mal Sound aus, wenn wir dann raiden. Und das hat mir mein ganzes Leben gestorben. Ähm, wen raiden wir denn mal? Ah, den können wir mal raiden. Den haben wir bis jetzt noch nie geraidet. Obwohl? Ja, doch. Hier ist Raiden mal den lieben Metal-Backer. Der zockt nämlich gerade eine Runde arg. Auch ein ganz netter, lustiger Typ. Dann sage ich euch schon mal viel Spaß und danke, dass ihr jetzt reingeschaut habt. Und ich schaue mal, dass ich dann nächstes Mal wieder ein bisschen öfter streamen kann. Je nachdem, was die Gesundheit sagt. Bis dann. 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 Vielen Dank.